Hallo Kollegen, diese CD habe ich vor dem Casino gefunden. Montreal steht drauf. Jetzt spitzt aber mal die Ohren, was da Interessantes drauf ist. Moment, ich schalte noch den Verstärker ein, damit ihr mithören könnt. Der Name der Gruppe ist Montreal. Wir versuchen seit relativ vielen Jahren schon einigermaßen zeitgleich dieselben Töne zu treffen. Mit mittelmäßigem Erfolg. Aber es macht sehr viel Spaß, das ist das Schöne. Weil es kommt nicht darauf an, wie gut man ist. Es kommt darauf an, wie viel Spaß man dabei hat. Ich glaube, es sollte irgendwann mal Punkrock werden. Aber der Warschauer und das Ochs werden uns gleichzeitig zerreißen in der Luft, wenn wir sagen würden, wir wären eine Punkband. Und ZSK auch, zu Recht. Es ist wahrscheinlich Unterhaltungsmusik mit E-Gitarre. Voll geil! Ja, Routine wäre schön. Routine hat ja auch manchmal was Gutes für sich. Nein, es ist immer noch ein relativ spontanes Gestümpfer und keiner weiß, was als nächstes passiert. Ich glaube, heute spielen wir zum Beispiel jetzt gleich. Ja, und zwar jeden Moment. Sollen wir? Alles klar. Ich glaube, wir müssen. Okay. Auf hier, auf hier. Was? Ich freue mich, ob es schlimmer ist, dass du nicht hier bei mir, sondern bei ihm bist. Ich frage mich, ob es schlimmer ist, dass du nicht hier bei mir, sondern bei ihm bist. Ich würde töten für dein Lächeln, dann verfolgt mich nur dein Röschel. Ich sitze, dass du fliegst im Sack, abgesehen vom Wetter ist heute nicht mal Tag. Kein anderes Label wollte unsere Platten mehr rausbringen. Wir haben alle Plattenfirmen in Deutschland angerufen, angeschrieben, mehrfach. Sind da hingefahren mit der Akustikgitarre, haben unsere Lieder vorgespielt und die so, hey Jungs, kommt vor 15 Jahren wieder. So nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, wie viel Geld haben wir noch? 7 Mark 50. 7 Euro 50. Können wir da mit einer Plattenfirma gründen? Ich glaube schon. Und dann haben wir es gemacht. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ne, ganz ehrlich, ich verstimme heimlich ab und zu die Instrumente der anderen, um nicht ganz so schlecht dazustehen. Aber bitte sag es denen nicht. Dann läuft hier einer durchs Bild. Ich glaube es ja nicht. Wir machen, hallo. Hast du Schnaps dabei? Bis zum nächsten Mal. Die Toten Hosen sind es jetzt nicht, aber ich finde es geil und es macht absolut Spaß. Die Texte sind sehr humorvoll und ansprechend. Montreal spricht für sich. Die sind einfach cool, die machen gute Musik, die sind lustig auf der Bühne, machen Spaß. Es macht einfach Spaß zuzugucken und gehen total ab. Meine Damen und Herren, Malte, unser Lichtmann. Ich glaube, ich war daneben, hier und da, aber es ist okay. Ich schütze mein Ohr, vielleicht deswegen, wer weiß das schon. Was soll ich sagen? Duisburg, Prost. MSV, ihr schafft das. Die Zebras, ihr macht das schon. Ich glaube, Köln hat für sich gesprochen, es war der Hammer wieder mal. Köln ist definitiv, wenn nicht die Nummer 1, auf jeden Fall unter den Top 3 der Städte. Es war super, es war super, doch. Hat sehr viel Spaß gemacht, Köln ist immer wieder toll. Bonustracks habe ich noch nie so richtig verstanden, scheint aber sowas wie eine Mode zu sein. Du fandest es schön? Das ist die Hauptsache. Lasst mich nicht ganz so besoffen dastehen, wie ich bin. Ich trau euch da. Bier wäre schön, du Vogel, Wodka pur. Ich hatte die Ehre, Studio 47, mein Lieblingsfernsehsender aus Duisburg. Wirklich.